Gießen bleibt bunt. So reagiert die Stadt Gießen auf die Demonstration der NPD am 16. Juli 2011. Wir waren auf der Straße und haben die Gießener darüber befragt. Also, was ich davon halte, dass die NPD-Demo hier in Gießen stattfindet. Ich halte sehr wenig davon, da Gießen eigentlich auch dafür bekannt ist, dass hier sehr viele unterschiedliche Völker zusammentreffen und dass eigentlich die NPD hier, ehrlich gesagt, nichts zu suchen hat. Eine richtig fundierte Meinung habe ich dazu nicht. Ich denke, allgemein wird es eine ablehnende Haltung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Mehrheit der Gießener sich für diese politische Einstellung begeistern kann. Ich finde, die NPD hat in Gießen nichts verloren und das wird sie am Samstag auch wahrscheinlich zu spüren bekommen. Es gibt bestimmt viele Gegenaktionen. Ich bin ganz dagegen. Ich finde, die Nazis bringen keinen Frieden zur Welt, sondern manchmal macht sie eine große Störung im Zweiten Weltkrieg. Ja, also ich finde das natürlich eine Frechheit, dass so etwas überhaupt genehmigt wird. Und ich bin da froh, dass sich da ein breites Bürgermündnis dagegen aufgestellt hat. Ich halte die Demo der NPD für höchst überflüssig, weil sie zurzeit auch nicht zeitgemäß sind. Deren politische Vorstellungen sind unmöglich. Deshalb finde ich, dass wir diese Nazis nicht weiterentwickeln sollen. Ich denke, dass der jüngere Teil der Bevölkerung, zumindest die Studenten, sich das nicht gefallen lassen und genauso auf die Straße gehen. Wie die Bürger darauf reagieren, weiß ich nicht. Ich glaube, viele werden es einfach ignorieren und werden viele an diesem Fest Gießen bleibt bunt teilnehmen und werden sich eher darüber äußern, dass sie nichts von der NPD halten. Die werden wohl nicht willkommen geheißen hier. Gerade in der Studentenstadt Gießen ist das natürlich auch fast ein Selbstverständnis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Vielen Dank.